Grüezi. Erdbeer und Süßball ist am Freitag, 10. Juni, von morgen am 9 Uhr, durchgehend bis am Abend am 8 Uhr zu öffnen. Nutzen Sie den schönen Tag, um die Erdbeere zu üblichen. Die Erdbeere zu üblichen Schönen Tag, um die Schöne zu üblichen Schönen zu üblichen Schönen zu üblichen Schönen. Die Erdbeere zu üblichen Schönen Tag, um die Schöne zu üblichen Schönen zu üblichen Schönen zu üblichen Schönen zu üblichen Schönen. Und jetzt werde ich mit ihr Cuties machen, was meine Mutter immer zu üblichen Schönen. Ich werde ein Schönen Schönen, called in der Zwischenzeit Frappé und das Schönen Schönen, ich promise Sie. Schönen Sie, wenn Sie arbeiten können. Ich versuche nicht zu üblichen Schönen, mit dem Schönen, mit dem Schönen. Es funktioniert, um die Schönen zu üblichen Schönen zu üblichen Schönen. Schönen Sie, die Schönen, mit dem Schönen zu üblichen Schönen. Und jetzt muss ich die Schönen, die Schönen zu üblichen Schönen zu üblichen Schönen. Und jetzt ist es die Schönen, die Schönen zu üblichen Schönen. Wie gut sind sie? Okay. Mmm. So sweet and delicious. Musik 4 eggs, 120g sugar, 1 pinch salt, 2 big spoons of sparkling water, half a lemon, 80g flour, 300g fruits, in my case it's strawberries and finally 2 dl cream. Let's start with the biscuit. We start by separating the eggs. Whip the egg whites. You know how to prove if this one is stiff enough. You put it up your head. If it's not coming down, then it's okay. Put the whipped egg whites into the fridge. You grate the lemon rind into the yolk. So, then we have the salt, the sparkling water and the sugar. So, and now mixing. Heat the oven to 220 degrees. Merch the egg whites carefully with the dough. Try to make it the same high everywhere. Dough, we're going to be holding it up. I'm gonna want to mix it up. I'll do it. Let's mix it up. Yeah. You can mix it up. Okay, so let's mix it up. I'm gonna mix it up. I'm gonna mix it up. I'm gonna mix it up. Maybe it's going to mix it up. This is going to mix it up. As long as the biscuit is warm, roll it. While the biscuit is cooling down, cut the strawberries. Add a little bit of lemon. And if you like sugar as well. Let's whip the cream. If you like, you can cover your biscuit roll with chocolate. And that's the best part. I'll see you next time. Bye. 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 Bye.